Wir sind durch mit dem Thema und dürfen jetzt zu Emily. Sie sagte zwar, sie kennt den Weg zum Boot, ich bin mir da aber noch nicht so ganz sicher, ob sie den gefunden hat. Ich glaube eher, dass sie von irgendeinem der netten Leuten gefangen genommen wurde. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wir gucken uns nochmal hier mit unserem Herz um. Nein, wir haben alles. Sehr, sehr gut. Wir sehen, wie die Story weitergeht. Was warst du für einer? Ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel? Wie sieht's aus? Ja, wir sind uns beschäftigt, aber du kriegst halt nichts von mir. Dieser komische Turm, ich glaube, wir lassen uns am besten in Ruhe. Weil da war auch nichts mehr Großartiges. Nicht, dass das Ding uns abschießt. Wuh! Winers. Moment. Wir können jetzt ja unsere... What the fuck? Äh, hier ist es ein Weiner, dir ist das bewusst, oder? Leck mir doch die Füße, Leute. Ihr habt sie doch nicht alle. Ey, ihr kleinen Spinner. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Dich hat dein Schicksal eilt. Ja, es ist doch nicht mein Schicksal. Ach, so ein Scheiß. Hey, das Winde, Idiot. Da waren wir garantiert nicht. Da waren wir garantiert nicht. Das war ganz lange mehr her. Ja, gut. Dann waren wir halt hier. Äh, äh. Wollen wir uns halt durch die Weine einfach durchschleichen denn? Oder was? Damit die uns ja nicht erwischen. Ach. Na. Jetzt. So, wieder hier rein. Yo, da rein. Dann holen wir uns noch den, den... Das Geld, was wir da haben. Oder liegen lassen haben. Und den anderen Kram. Den, äh, die Rune noch. Und dann rennen wir da wieder hin. Und lassen halt die Weiners in Ruhe. Damit wir da auch her durchkommen. So, nochmal. Eins. Drei. Äh. Drei. Und die Acht. Danke sehr. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Diese Rune. Und jetzt heißt es wieder Arschlecken. Tschüss. Mal vor den Haupteingang hier. Jo. Können wir eigentlich auch den Weg über den, die Abkürzung da nehmen. Jo. Es gibt Fallschaden. Aber eigentlich habe ich ihn abgekürzt durch meinen sehr guten Jump. Äh, Teleportation. Aber das interessiert die Teleportation irgendwie auch nicht. Okay. Da steht nur so eine Pfeife. Äh. Vielleicht. Was geht denn jetzt? Düt, düt. Äh. Achso. Die töten die Weiner gerade. Freutig von euch. Also sie haben sich gegenseitig umgebracht. Wir mussten uns nur einen Schuss nehmen. Kriegen wir den irgendwie wieder von dem? Oder? War nicht drauf geachtet. Da oben. Ne, das ist ein Schwert. Ja. Aber, dann haben wir es jetzt ja doch geschafft. Und das ist auch nochmal drei Minuten, glaube ich, länger. Aber... Naja. So. Da wären wir bei Samuel und Emily jetzt tatsächlich geschafft. Wie schön. Wie schön. Also irgendwie ist dieser Grußsprung seltsam. Egal. Hallo, Samu. Ne, erstmal reden wir mit Emily. Samuel bringt uns zu einem Pub. Sehr gut. Er sagt, dort wären Leichen im Fluss. Ach, du Scheiße. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Karbo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Nö. Steigen Sie ein. Ja, waren, äh... Ja, bringen wir Emily nach Hause. Oh, der Haus der Freuden. Ja, so freundlich war das Haus, finde ich jetzt gar nicht. Also, die haben ja alle mehr so ein bisschen... Unfreundlich zu uns. Aber es soll's drum sein. Wir haben insgesamt 71 Gegner, Elie. Die Zivilisten drei. Ach, das waren die... Die Professionellen. Ich glaube, wir die anderen hätten ja einfach erschrecken sollen. Wir hätten sich in Ehe gehockt. Alarme ausgelöst haben wir diesmal keinen. Ich glaube, einen hatten wir. Den hatten wir aber dann nochmal rausgeladen. Und dann nochmal übersprungen, so gesehen. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. 16. Aha. Das gibt's also auch einen Punkt. Allgemeine Chaosfaktor. Gesamt ist hoch, ja. Weil wir vier durcheinander gerannt sind. Niemand getötet. Ja. Das, äh, äh, geht nicht. Entdeckt wurden sind wir. Also kriegen wir da auch keinen Punkt. Sonderaktion. Slacks schon dabei geholfen. Trolley zu finden. Jawohl. Den Tresor des Kunstsensers ausgeraubt. Den haben wir auch. Eine Pädetten mit heißem Dampf getötet. Ah, das war die Sonneaktion. Ja, das haben wir ja alles hingekriegt. Da ist noch ein Punkt frei, glaube ich. Ich glaube, den haben wir nicht geschafft. Aber ich weiß auch nicht, was das war. Ja. Runen haben wir 5 von 5 gefunden. Knochenartefakt von 5. Outsider-Schreine gefunden. 0 von 0. Ja. Gemälde von Sonderkopfendeck. 3 von 3. Münzen gefunden. 2.883. 4.000 hätten wir über... Über 4.000 hätten wir befinden können. Ne, Missionen holen wollen wir nicht. Ja. Ich fand das jetzt ganz interessant, muss ich sagen. Aber wir weitermachen und gucken, was gleich noch passiert, damit wir gespannt sein können. Und die Lust nicht verloren geht an dem Spiel. Zurück in Hauenpitz-Papp, dem HPP. Weiter geht's. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Knochen? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendants. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich... Angelegenheiten für Erwachsene, meine Kinder. Ich meine, Eure Hoheit. Vergehen wir nicht. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen-Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ja, das wäre eine Idee, Samuel. So, jetzt sollen die leicht geschwimmen. Ich bin mir mal gespannt, was hier vorgefallen ist. Das müssen wir unsere Ehre hier auch noch wieder herstellen. Lady Emily, ich bin Kalista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hauenpitz-Papp. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Kalista, Korbo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan, als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Ja. Das werden wir machen. Schöne Effekte. Das ist natürlich geil, dass wir das jetzt auch angekriegt haben. Emily haben wir befreit. Die zwei Deppen haben wir auch erledigen dürfen. Das verrückte Genie. Finn und Lord Pendleton. Ja, das machen wir gleich. So, und erstmal unseren Freund hier. Piero besuchen. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, ja. Lass mal dein Inventar sehen, mein Freund. So. Oh, denn ich hätte gerne Manex hier gleich, aber Verbesserungen sehen. Wir hätten ja eine neue Waffe, Waffe, Sache gefunden. Kapazität. Oh, eine Kapazität. Nur 300 Münzen. Gekauft. Eine weitere Rune. Okay, 450 Münzen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Bolzen. Munition. Noch 10 mehr. Nein. Können wir erstmal unsere allgemeine Verbesserung. Über die Zielgenauigkeit, ja. Das machen wir jetzt. Das haben wir auch genug Münzen dafür. Automatische Nachladen. Die einschläfende Wirkung selbst während des Kampfes unmittelbar einsetzbar. Für Betäubungsbolzen. Korvus-Personen-Verbesserungen. Möglich-Personen-Verbesserungen fügt in irgendwelche Schaden zu Feuerschaden. Schaltet frei. Präzis auch so. Das rüstet sich dann immer mal aus. Sprengen wir in einem höheren Radius. Aber ich renne nicht gerne mit einer Knarre rum. Also lautloses Ausschalten finde ich geiler. Wir kaufen uns jetzt das hier. So oft sind wir jetzt nicht mehr hier in der Umgebung. Kapazitäten immer noch 450. Es reicht leider nicht mehr. Ich hätte mir jetzt noch die Bolzen-Kapazität geholt und eine Fack-Kapazität. Aber es ist egal. Wir holen uns denn... Wir holen uns denn... Oh, Schwedderhöhung. Ist das effektiver? Ja, ne. Wir müssen uns, glaube ich, das mal mit Schwed... Rüdeln wir ein bisschen mehr durch die Gegend. So ein Kugel... Nein. So, dann können wir uns für den Rest... Geldes noch ein bisschen aufrüsten. Hm. Sprengmine werden wir, glaube ich, wieder genug finden. Und um an Manax hierher dann drei Stück. Eine Sprengmine. Somit sind wir pleite. Aber wieder komplett ausgerüstet. Bin ich gut. Ähm... So, wir sollen jetzt mit ihm reden. Ach, da steht er hinten irgendwo. Hm. Wee. Okay, haben wir jetzt hier... Das ist irgendwie eine spezielle Zoom-Fähigkeit. Können wir damit denn gleich schießen? Das interessiert mich jetzt ja mal. Wenn ich jetzt eine normale Armbrust-Bolze nehme, schieße ich mal in die Wand. Ich glaube, die kann ich dann wieder aufnehmen. Und sie erschrecken sich alle. Nee, nee, ist alles in Ordnung. Das ist natürlich ganz cool. So, Pelton, erzähl mal. Bravo. Die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glauben nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lautregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glauben, dass sie es sind, der die Wände bringen kann. Ach, und Herflok sucht nach ihnen. Herflok jetzt auch noch. Der Wohnzimmer, wenn wir dem unterhalten. Dann werde ich, glaube ich, auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich bin jetzt auch schon über 2 Stunden 20 fast am Spielen. So langsam, ja, könnte ich mal so private Sachen machen. Ja, genau, hier sind wir rausgekommen, wo ich die Güllidecke schließe. Ich kann das ja mal zeigen, wo ich hier langgeradelt bin oder langgegangen bin. Wir sind da, nee, keiner da. Wir sind nämlich genau von da hinten gekommen. Lass es mir zeigen. Nämlich hier drinnen war eine Rune. Und dort irgendwie, die schwamm hier im Wasser drinnen. Die hatten uns mitgenommen, wo meine Festplatte dann abgestürzt ist. Die war nun wirklich ein bisschen alt. Die war auch irgendwie... Ja, ja, genau. Hier drinnen sind die ganzen Kesselräume. Ich glaube, da war auch nichts, da war auch irgendwie nur ein bisschen Geld oder sowas. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Destilleriebezirk rein. Ja, kurz vor der Tür war ja die Aufnahme beendet. Also, wie gesagt, so viel habt ihr denn nicht verpasst. So, das ist die Lydia. Okay. Nächste Mission. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolow, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolow verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolow in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolow allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, denn ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Flucht aus Coltridge, das Ende des Oberaufsehers, Emileys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Mit Stolz und das ist alles. Ja, danke. Triff den Herrn und Martin an der Bar. Achso, das war jetzt abgeschlossen. Gehen, baut uns am Sammelsgebot um Kehl zu Caldwin bitte zurück. Ja! Das werden wir jetzt tun. Emily ist in Sicherheit. Wir sollen noch nicht mal schlafen gehen, sondern müssen sofort wieder aufbrechen. Die nächste Mission zu starten. Aber. Ich werde jetzt hier eine Aufnahmepause machen. Das passt gerade von der Zeit auch her, damit ich die Folgen alle schneiden kann. Denn die müssen ja auch noch alle gerendert werden. Also natürlich mal geschnitten werden, dann gerendert werden und hochgeladen werden. Und das dauert alles und dauert alles und dauert alles. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Damit verabschiedungswürdige ich mich einmal. Und bis gleich. Und bis gleich. Bis gleich.